Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Detailing Christmas mit dem Jens und dem Stefan. Ja, paar organisatorische Sachen, die Jens informiert. Jelly Blades. Genau, wir haben die Jelly Blades reinbekommen, in Clear, beziehungsweise die Dry Blades sind ja eigentlich. Genau, das war ein Test. Ja, das Jelly Blade ist ja ein bisschen größer als das Dry Blade und hat eine geschwungene Form, aber das Dry Blade ist reingekommen. Das kann jetzt auch bestellt werden. Ist vielleicht eine ganz nette Idee für unter den Weihnachtsbaum. Also nochmal ranhalten, damit man da noch schönes drunter legen kann. Ja, Rupes hat auch geliefert. Ist in Polituren gekommen, ist in Maschinen gekommen. Da können wir euch jetzt auch erstmal bedienen. Die neuen Pads sind auch wieder komplett da. Ja, auch die neuen Pads sind da. Ist auch ganz wichtig, die DA Pads. Mit der neuen Form, da haben wir ja schon das letzte Mal darüber berichtet gehabt, dass die Pads sich auch in der Zusammensetzung verändert haben. Und was uns sehr freut, Flex hat auch geliefert. Auch die PXC80 ist wieder im Store verfügbar. Die kann dann natürlich auch unter euren Weihnachtsbaum wandern, wenn ihr das möchtet. Genau. Und natürlich auch zum Beispiel die PE14-2. Und wer noch ein Stativ sucht für eine ScanCrip, wir haben die Flex Stative. Die Firma ScanCrip kann sein, dass die da was ändert in Zukunft. Und die Flex ist das gleiche Stativ. Aber damit ihr halt, ich sag mal, wenn ihr kurzfristig eins braucht, haben wir glaube ich noch eine Handvoll haben wir noch. Also eine Handvoll Stative haben wir zum extrem scharf kalkulierten Preis. Und bald ist ja auch die Firma ScanCrip hier. Könnt ihr euch also auch drauf freuen. Ja, wir haben in dieser Woche so ein bisschen Stress, sag ich jetzt mal. Weil wir haben so das kleine, ein oder kleine, kleine Serverproblem. Betrifft natürlich die externen Server nicht. Aber intern hat eine Maschine den Geist aufgegeben und da ist alles safe. Und ja, aber es fehlt uns so ein bisschen die Zeit an manchen Tagen. Aber heute wollen wir doch einfach mal so ein paar Sachen berichten. Zum Beispiel über naturnahe Autopflege. Und naturnahe Autopflege ist immer bei mir im Kopf mit Kanauber verbunden. Genau. Ja, da sagst du auch schon was Richtiges. Das Kanauberwachs. Das, ich sag mal, die Hersteller Vonnex und auch die Firma Zimmöl werben ja eigentlich auch mit ihren sehr naturnahen Produkten. Beide benutzen Kanauberwachs. Kurz zu Kanauberwachs. Das Kanauberwachs wird von der Kanauberpalme gewonnen. Und ist quasi für diese Palme da, die in sehr heißen Regionen eigentlich ansässig ist, um die Blätter vor dem Austrocknen zu schützen. Und dann ist diese leichte Wachsschicht auch schon auf dem Blatt vorhanden. Und da gibt es auch verschiedene, ich sag mal, Types. Type 1 ist so das, sag ich mal, das edelste, was man von der Pflanze bekommen kann. Es wird quasi schon direkt von der Knospe, von dem aufgehenden Blatt wird es heruntergekratzt. Und dann, sag ich mal, wird das, nimmt die mit den ansteigenden Types, also Type 2, Type 3, Type 4, verändert sich auch die Qualität. Man kann aber durch verschiedene Raffinierungsprozesse und verschiedene Zusätze auch die Qualität beziehungsweise die Performance dieser eigenzählenden Types auch wieder steigern. Genau, da haben wir ja beim Hersteller Vonnex zwei Linien, die gefahren werden. Einmal die Native, das ist so Type 1 Vax, was sehr naturbelassen ist. Da sind keine Polymere drin und ja, es ist einfach, sag ich mal, das Bio-Wachs unter den Wachsen. Dann gibt es natürlich noch die Blend Linie, die es auch von Vonnex gibt. Da sind Polymere drin, Zusätze, die die Standzeit auch erhöhen sollen bei den Wachsen. Und genau, die vertreiben wir natürlich auch bei uns hier im Store. Ja, ich denke, gerade Vonnex ist halt auch deshalb vielleicht für, ich sage es mal, nachhaltige Autopflege interessant, weil die im Grunde genommen direkt in der Nähe der Plantage diese Produkte verarbeiten. Das heißt also, diese Transportwege sind auch minimal und dann kommt die Ware nach Deutschland. Und dann gibt es bei uns im Store und bei Zymöl, Saimöl, auch naturnahe Hersteller, ist es ja auch so, dass wir gar keine Sicherheitsdatenblätter kriegen, weil halt die Firma Zymöl sagt, beziehungsweise es gibt schon Sicherheitsdatenblätter, aber es gibt keine Warnhinweise, es gibt keine Bedenklichkeiten, weil man halt sagt, das ist 100% natürliche Produkte. Die produzieren in Florida und auch im Grunde genommen wahrscheinlich in der Nähe der Anbaugebiete der entsprechenden Rohstoffe. Genau so sieht es aus. Und zwar, was ich vorher noch hätte ergänzen können, ist, dass dieses Type-1-Vax, also von der Canauba-Pflanze, sogar hier in Deutschland als Lebensmittel echt geführt wird. Von daher ist das eigentlich völlig unbedenklich, was man da jetzt bearbeitet, beziehungsweise auch in die Hände nimmt. Was halt auch immer mal wieder so ein Thema ist bei diesen naturnahen Autopflegeprodukten oder bei dieser naturnahen Autopflege, kann man ja auch mal so sagen, dass man diese Produkte mit der Hand verarbeitet. Da gibt es ja auch eine gewisse Parallele zu einem anderen Hersteller, der im Grunde genommen aus Zymöl hervorgegangen ist und auch jahrelang im Rechtsstreit war. Namen nennen wir nicht, damit wir da keine Probleme bekommen. Aber diese andere Hersteller wird halt immer mit dem Auftrag von der Hand, also mit der blanken Hand, bei einem entsprechenden Naturwachs. Das sehen wir aber mittlerweile doch sehr, sehr kritisch oder eigentlich schon immer kritisch, weil ja selbst kleinste Hautpartikel zum Mikrokratzer entführen können. Deshalb gibt es bei uns diese Produkte mit einem entsprechenden Applikator bei einem Tier 1 Wax, also bei dem Double Speedwax, was mit Polymerien wieder versehen ist, also ganz so naturnah, aber immer noch mit Naturrohstoffen drin. Da tauschen wir sogar den Originalapplikator, der dabei ist, aus, weil der uns nicht so hundertprozentig zusagt. Die Firma Vonix hat einen Applikator, kein Edgeless, also kein Randlose, aber zumindest einen vernünftigen Applikator dabei. Und bei Zimmel sieht es genauso aus. Die liefern auch einen entsprechenden Applikator mit. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist es immer so, als wenn man so ein Zimmel oder ein hochwertiges Wachs aufmacht, was möglichst naturbelassen ist, dann fühlt man sich wie im Urlaub. Ja, also die riechen sehr angenehm auch. Das kann man kaum beschreiben eigentlich, den Geruch, aber es ist wirklich, es hat was. Es macht Spaß, mit dem Zeug zu arbeiten und es ist sehr angenehm. Manche geben fürs Wachs mehr aus, wie das Parfüm oder sonst irgendetwas, aber es ist halt einfach so, es ist halt ein unheimlicher Genuss, mit so einem Wachs zu arbeiten. Beim Daily vielleicht schwierig. Wenn man die Zeit dafür hat, trotzdem ideal. Aber da geht man vielleicht eher auf andere Produkte. Aber wenn man Lieberhaberfahrzeug hat, was man im Sommer fährt oder wo man wirklich das vielleicht sogar, ich sage jetzt mal, wohnungsnah platzieren kann, das Fahrzeug, dann macht das natürlich so ein hochwertiges Wachs wie jetzt der Vonix Native Linie oder auch Zimmel Carbon, Zimmel Titanium. Die haben unheimlich viel Spaß oder auch die, ich sage jetzt mal, entsprechenden des Fieldclays zum Beispiel, also Sprühprodukte, die da auch halt unheimlich Spaß machen bei der Verarbeitung. Und dann geht es ja dann auch weiter, dass man dann spezialisierte Shampoos hat, die auch bei Zimmel sehr, sehr naturbelassen sind und wo man dann auch extreme, also einfach so wie so eine, ich sage mal, Verarbeitungsfreude. Kann man vielleicht so sagen, weil das ist halt unbedenklich, riecht super, man hat da extreme Freude dran, solche Produkte zu verarbeiten. Also bei Zimmel ist es halt so, muss man ganz klar sagen, da kommt man irgendwie immer ins Schwärmen. Vonix ist, ich sage mal, ähnlich. Die Produktlinie ist bei uns nicht ganz so komplett, wie sie halt bei Zimmel ist. Ja, da könnt ihr vielleicht einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr sagt zu wachsen oder was ihr sagt zu naturnahen Autopflege oder auch nachhaltigen Autopflege. Also das heißt, geringe Transportwege bei der Verarbeitung, ist euch das wichtig? Akzeptiert ihr vielleicht sogar die Nachteile, die es mit so Produkten gibt, gerade bei der Standzeit? Aber gerade auch zum Beispiel dieser enorme Tiefenglanz, den kriege ich ja mit einer Keramikversicherung oder mit einem einfachen Produkt auch nicht so hin wie mit so einem hochwertigen Kanauberprodukt. Also für mich hat das weiterhin absoluten Bestand in der Autopflege. Und ja, wenn ich mal irgendwann mir auch einen, du hast ja einen Nicht-Daily, du hast ja deinen BMW, das ist ja eine. Das ist ein Nicht-Daily, genau. Der wird auch nur. Non-Daily, ja. Ja, ein Non-Daily. Der wird nur rausgeholt, wenn sieben Sonnen am Himmel stehen, ungefähr. Und das Auto steht dann auch immer schön in der Garage. Das wird dann keinen weiteren Umwelteinflüssen ausgesetzt. Obwohl, ich habe ja auch einen Non-Daily, das ist mein Motorrad, was fast gar nicht mehr bewegt wird. Aber ich sage mal, in der Regel steht es ja hier im Laden. Aber da ist es auch nicht so ganz uninteressant, weil da hast du halt auch den Vorteil, dass du auf so Kunststoffflächen mit einem naturnahen Wachs halt draufkommen kannst, weil das halt keine weißen Flecken hinterlässt. Genau. Und von daher macht das auch Spaß bei Motorrad. Aber da hast du natürlich bei Motorrad einfach nicht diese Lackflächen, die du brauchst. Ja, naturnahe Autopflege. Mal gucken, was so kommt. Vielleicht gibt es hier noch neue Produkte. Ist ja möglich. Das schauen wir mal. Könnte passieren. Ja, wie gesagt, könnt ihr einfach mal unten die Kommentare reinpacken, was ihr dazu sagt. Naturnahe Autopflege oder Autowachse, was ihr anwendet, wie da euer Eindruck ist. Und ja, dann freuen wir uns auf entsprechendes Feedback. Und das soll es gewesen sein für heute. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend und bleibt gesund. Bis morgen, 19 Uhr. Wird jeden Tag spannender hier. Heute mit Bonix. mit dem Jens und dem Stefan. Das war's. Macht's gut. Ciao. Ciao.